Und mit zugeschaltet zu diesem Thema ist Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen in der Sendung. Guten Tag. Herr von Lucke, war es eine Strategie oder Zufall, dass die Rede von Hans-Georg Maaßen an die Öffentlichkeit gelangt ist? Das ist die ganz große Frage. Es wird ja bereits gemutmaßt, dass es möglicherweise sein eigenes Interesse war, um nicht in eine neue Abteilung im Innenministerium zu wandern, gewissermaßen die Bombe platzen zu lassen und ganz gezielt deutlich zu machen, er bleibt bei seiner Meinung. Er macht sie sogar noch zugespitzter, denn das ist ja das Verheerende. Man muss von einer regelrechten Wahrnehmungstrübung sprechen. Er behauptet, einerseits vor Wochen in Chemnitz gibt es keine rechtsradikalen Übergriffe, obwohl wir dezidiert wiederholt den Hitlergruß gesehen haben, öffentliche Gewalt gegen Unbeteiligte. Und er behauptet auf der anderen Seite, es gibt einen Linksextremismus in der SPD, meint damit möglicherweise die Jusos. Und das noch einmal in dieser Klarheit zum Ausdruck gebracht zu haben, kann man als Wunsch nach dem Rauswurf lesen. Man muss es aber vor allem, und das finde ich viel dramatischer, als eine echte Verirrung und Wahrnehmungstrübung der Dienste lesen. Und wenn man sich bewusst macht, dass Herr Maaßen durchaus nicht alleine stand, dass er sehr eng ist, mit Herrn Roman beispielsweise, dem Chef der Bundespolizei, dann muss man die große Frage aufwerfen, ist der Blick der Dienste getrübt? Haben sie wirklich eine richtige Einschätzung gegenüber der rechtsextremistischen Gefahr oder wird sie ganz systematisch verdrängt und verharmlost? Wie sehr ist das Amt für Verfassungsschutz gerade beschädigt? Dramatisch beschädigt, denn das alleine, was wir erlebt haben, ist ja von mir beschrieben, erst einmal in der Betrachtung höchst suspekt. Es ist offensichtlich nach wie vor so, dass der Blick der Dienste und vor allem des Verfassungsschutzes sehr viel stärker auf links gerichtet ist. Das hat Herr Maaßen noch einmal unter Beweis gestellt. Wenn in der SPD Linksextremisten am Werke sind, dann kann man damit geflissentlich den Blick nach rechts unterschlagen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, und das macht es zeithistorisch schon zu einer ungeheuren Causa, dieser Fall Maaßen ist meines Erachtens der Anfang vom Ende der Großen Koalition gewesen. Denn wir haben ja das Versagen aller drei Spitzenpolitiker erlebt. Angela Merkel hat infolgedessen bereits ihren Parteivorsitz verloren. Denn die Niederlage im Falle Brinkhaus-Kauder, also der Verlust des Fraktionsvorsitzes wenige Tage danach, die Niederlage von Herrn Kauder, der Sieg von Herrn Brinkhaus war auch eine Folge der Causa Maaßen. Auch Horst Seehofer wird meines Erachtens in Kürze als Parteivorsitzender zurücktreten. Der Verlust des Postens des Innenministers muss dann eigentlich nur die Konsequenz sein. Und auch Andrea Nahles, die für die SPD in dieser Causa so ungemein gescheitert ist, ist, glaube ich, von diesem Tage an so unwiderruflich geschädigt, dass letztlich alle drei ihren Parteivorsitz wohl verlieren werden. Schauen wir nochmal auf Hans-Georg Maaßen. Das war jetzt Ihre aktuelle Einschätzung zur Regierungskrise möglicherweise. Jetzt mutmaßen einige beobachtet, dass Hans-Georg Maaßen in die Politik gehen würde. Zumindest hat er das mal angedeutet. Ist es denkbar, dass er der AfD beitritt? Ja, wenn er zu irgendeiner Partei beizutreten gedenkt, dann muss es wohl die AfD sein. Und die Ankündigung von Herrn Maaßen, er könne sich eine Tätigkeit ja auch in der Politik, wie auch in der freien Wirtschaft vorstellen, deutet darauf hin, dass er mit diesem Gedanken liebäugelt. Und die AfD hat ja bereits allergrößte Bereitschaft erklärt, Herrn Maaßen aufzunehmen. Das passt natürlich auch genau in ihr Konzept. Hier ist die nächste Opfergestalt, die man aufbauen kann als ein Opfer des Establishments, der Systemparteien, von denen die AfD in alter NS-Diktion und Rhetorik spricht. Das heißt, Herr Maaßen wäre willkommen in Kreisen der AfD, die dann damit weiter an der Legende der Opferung eines dienstbeflissenen und ordentlichen Beamten stricken würde. Und das ist das Verheerende. Die Verschwörungstheorie, an der Herr Maaßen selber gearbeitet hat, einer Verschwörung offensichtlich, so jedenfalls seine These von vermeintlich gesteuerten Medien, wie falsch geleiteten Parteien. Diese Verschwörungstheorie geht im Munde der AfD-Politiker munter weiter und vielleicht ja in Kürze mit einem Politiker Maaßen in den eigenen Reihen. Einschätzung von Albrecht von Lucke. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.